Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Todessprecher Karos anzunehmen bei Hochmeister Adelard in der Weißkrone an dieser Position, also in diesem Zelt. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.7. Ich bin aber davon überzeugt mein Video hilft euch auch hin wie RTLK Classic. Wir müssen nun in diese Richtung und den gesuchten Gegner ist gar nicht mal so weit weg. Eventuell müsst ihr euch hier normal durchkämpfen, weil wenn ihr direkt beim Mob landet, dann wird vermutlich ziemlich viel adden. Also einfach jeweils töten was im Weg ist. Ich bin übrigens auch auf Twitch unterwegs. Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Wäre cool wenn ihr auch da vorbeischaut. Und hier ist der gesuchte Mob. Todessprecher Karos. An dieser Position. Einfach töten. Und das Ganze sollte genauso funktionieren wie RTLK Classic. Sollte was anderes zu machen sein oder was zusätzlich zu machen sein. Könnt ihr es gerne in die Kommentare posten. Das hilft bestimmt anderen Spieler. Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Jetzt geht es wieder in dieses Zelt. Quest ist abzugeben bei Hochmeister Adelard in der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.